So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Outcast Second Contact. Wir müssen jetzt in der vierten Folge sein. Ich hab grad nochmal die Steuerung geschaut. Wir haben scheinbar eine Karte. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Testen wir mal. Hopp. So, da ist unsere Karte. Äh, sehr schön. Noch mehr Karte. Sogar ein paar wichtige Leute verzeichnet. Spiritueller Führer. Botcomputer. Gesundheit 75%. Laufen wir mal dahin. Wir werden uns nochmal heilen lassen. Poch, poch, poch. Schüler. So, bitte, bitte. Ah, was machst du schönes? Tai Chi? Ah, schick. Nein, du betest. Gut, ähm, heile mich mal. Kannst du mich heilen? Natürlich, Ulukay. Aber pass von jetzt an ein bisschen besser auf dich auf. So. So. Oh, er heilt mich noch. So. Wupp, wupp, wupp. Gesundheit. 75%. kannst du mich noch mal ansehen was denken die talaner über mich kein talaner liebt oder hasst sich kannst du mir etwas über croak sagen seit vier Jahren die herrschaft über adelphal übernommen hat ist er der anführer seiner truppen ich habe gehört er soll viele monde im feetempel verbringen wo er zu jod viel bietet an anderen orten gesehen wenn er im auftrag von fehran talaner umkehrt wie kann man ehren fehran zusammen als fehran mit dem propheten kasar stritt sprach croax in an und die beiden entschieden die herrschaft über adelphal zu übernehmen so jetzt suchen wir mal den feetempel und da hinten sind rote punkte die werden wir direkt mal ausschalten ach da ist ja gleich so ein portal so jetzt schauen wir mal nochmal die sind dahinter so mann schwache energiequelle geordnet Aua! Auaah! Auaah! Manchmal verguckt man, dass die Falschten. Die schießen jetzt alle auf mich? Na komm Ok wir sind fertig sehr gut Mist Aha Blöder Stein ist im Weg Aua Aua Nein Scheiße Noch einmal versuchen Verdammt Ok Oh Oh So Jetzt steigen wir uns von der Seite ran Anscheinend Ich hab zu viel gesagt So Oh Vielleicht Rechnen die Jetzt nicht mit mir Ja Hinter dem Heuhaufen ist es bestimmt sicher Aua Verdammt Oh 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 So Oh Ist der letzte Kollege Oh So Keine roten Punkte mehr da Sehr schön So Oh Oh Da ist doch noch was So 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 Kollege bleiben wir stehen Ich werde mit dir reden Hallo Grüßen Hast du mal ne Sekunde Hallo Hallo Die Jods sind mit mir Du bist der Ulukai oder Ja Ja steht vor dir der gute alte Ulukai Ich muss meinen Freunden berichten dass ich dich heute getroffen habe Was kann Salinas für dich tun an diesem schönen Mond Ähm Wo ist der Tempel Was kannst du mir über den Feetempel berichten Oh ja richtig Du solltest wirklich dort suchen Ulukai Dort suchen? Nach deinem Mond Dummkopf Es ist da oder besser ich glaube es ist da Oben auf dem Tempel in der großen Flamme Hast du es gesehen? Ich denke schon Als ich noch ein junger Talana war Wollte ich die Ventilopen aus dem Ventilopenlager auf der anderen Seite der Barriere nördlich des Feetempels befreien Ich befreite eine doch sie flog davon und nahm mich aus Versehen in ihren Krallen mit Aus Versehen? Aber ja sie wollte das bestimmt nicht Ventilopen sind so schöne Tiere Aber egal als wir über den Feetempel flogen sah ich in die Flamme und genoss den schönen Anblick Doch dann sah ich in ihrem Inneren einen schwarzen Kasten Und du glaubst das ist das Mond? Naja es ist der beste Ort um etwas zu verstecken das niemand finden soll Nur so aus Neugier Wie endete denn dein Flug mit der Ventilope? Sie wollte mir bestimmt nicht wehtun Sie hat dich einfach fallen lassen habe ich recht? Sie sind so einfache Wesen Sie würden einem Talana nie im Leben wehtun wenn die Krieger sie nicht dazu abrichten würden Zugriff auf Lexikon erfolgt Was sind das für Kreaturen da in dem Gehege? Kreaturen? Oh nein In Törrichter Ulukay Sie heißen Twonha Sie sind meine besten Freunde hier auf Adelpha Zugriff auf Lexikon erfolgt Was weißt du über diese Tonka? Du hast keine Ahnung wie friedliebend und freundlich die Twonha wirklich sind Sie haben auch eine Familie wie wir mit Mutter und Vater Die Eltern beschützen die Jungtiere so sehr dass man sie erst zu sehen bekommt wenn sie ausgewachsen sind Das ist wirklich sehr fürsorglich Ja Es sind so wunderbare Tiere Leider sieht Ferran das etwas anders Warum denn? Hast du das Gehege rings um die Stadt gesehen? Er ließ es errichten um die wilden Twonha von Shamasa zu halten und zu zähmen Jetzt lässt er sie genauso hart arbeiten wie alle anderen Talana hier Ich kümmere mich um sie so gut ich kann aber jeden Mond werden sie etwas unglücklicher Ist das schlimm für sie? Wie würde es dir denn gefallen wenn du einen Mond lang nur Risi tragen müsstest? Ich kann mir vorstellen du würdest auch nicht so leben wollen Ulukai Wie reitet man? Wie reitet man denn so ein Twonha? Oh ich kann es nicht gut heißen wenn ein Talana meine Freunde reiten will Es ist einfach falsch meinst du nicht auch? Ich habe keine Ahnung Zalinas ich habe noch nie darüber nachgedacht Ich mache das andauernd wenn ich sehe wie hart sie arbeiten müssen und wie erschöpft und halbtot sie zurückkommen dann werde ich wirklich wütend Nehmen wir doch einfach mal an ich wäre nett zu ihnen Oh ich vertraue dir Ulukai ich weiß du würdest nett zu ihnen sein Um einen meiner Freunde zu reiten musst du ihm einfach sein Gui zeigen und dich von der linken Seite annähern Dann lässt es dich aufsteigen Und das ist alles? Ja sie sind nicht wie wir ihr vertrauen ist grenzenlos Und wenn ich es nicht reite was muss ich dann tun? Sie suchen sich einen Platz zum Fressen oder Trinken Wenn du es eine Zeit lang nicht gesehen hast musst du einfach zum Dorf zurückkehren Meistens kommen sie in meine liebende Umarmung zurück Nette Vorstellung wirklich Oh ja Ulukai du musst mir versprechen sie mit Hoti zu füttern Wenn du welche finden solltest sie essen sie nämlich unheimlich gern Ich habe einmal ein Twonha gesehen das von einem Garmor gejagt wurde Es sah ein Hoti und blieb einfach stehen um es zu fressen Es blieb stehen? Ja das arme Ding über seinen Hunger muss es den Garmor ganz vergessen haben Entweder das oder es war einfach nur dumm Wie bitte Ulukai? Nichts sonst noch was? Oh ja Twonha mögen es nicht ins Wasser zu gehen Okay Erzähl mir mehr über dieses Gui Wie du willst Ulukai Was willst du denn wissen? Was ist das genau? Das Gui ist ein Stück Stoff das man in den Schweiß der Mutter taucht Du willst mir weismachen es ist eine Schweißmauke? Ich kenne dieses Wort nicht Ulukai Wenn ein Twonha den Duft riecht wird es folgsam wie ein kleines Kind Also ich kenne keine Kinder die folgsam sind Ich war jedenfalls nicht so Genau das ist es was die Twonha zu so genialen Schöpfungen der Jods macht Ihre Einfachheit Oh ja ich wäre bestimmt vor Freude übergeschnappt wenn man mir die stinkenden Socken meines Vaters unter die Nase gehalten hätte Voll Teufel So na gut Toka kaufen Was? Sag mal Zerlinas wie viel kostet denn eins deiner Twonha? Du willst einen treuen Freund an deiner Seite? Wie schön Ja bin ich nicht ein netter? Was kostet es? Wirst du auch gut für es sorgen als sei es ein Mitglied deiner Familie? Auf jeden Fall Aber immer doch Wie viel? Singst du ihm auch immer ein Schlaflieb? Oh Gott Na klar also wie viel? Und bereitest du ihm ein Bad wenn es eins braucht? Du solltest wirklich mal eine von diesen 0190 Nummern anrufen und dir eine Verabredung verschaffen Wirklich Junge Das verstehe ich nicht Ulukai Schon gut Zerlinas wie viel? Ich werde dir einen meiner Freunde für wenige Zorkins überlassen Wie viel hab ich denn? Ja Ok ich nehm eins Hoffentlich wird es zu deinem besten Freund Ja bis ich mal richtig Hunger habe Was hast du gesagt? Das war ein Witz Zerlinas Du machst dir wirklich große Sorgen was? Sie sind mein Ein und Alles Hier ist das Gui Es liebt es wenn man ihm etwas vorsingt Na wunderbar danke Wo ist es? In dem Gehege in der Nähe des Ukraner Daokas Ok danke Oh meine Güte In der Nähe des Ukraner Ich hab keinen Plan Moment jetzt Werde ich mal kurz schauen Meine Gesundheit ist auf 63 Dann Ja Ich hab hiervon schon eins bekommen Hallo Oh das ist wohl sogar das Richtige gleich Tap 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 Hop 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 Metall geordnet Ja lala 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 Natürlich Ulukay Aber pass von jetzt an ein bisschen besser auf dich auf So, dann fang mal an mit deiner Zauberei. Wow, schönes Ding. So, schauen wir jetzt um 100%. Jetzt läuft's doch. So, dann... Matze, komm. So. Tap, tap, tap. Tap, tap. Kann ich dich mit durchs Portal nehmen? Ähm, obwohl, ich könnte das mal am Folgeende machen, wenn ich sag tschüss und tschau, bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.